So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, beziehungsweise Let's Info, Juuu. Und zwar wollte ich, habe ich ja gesagt, ihr, wenn ihr das Spiel selber habt, dann könnt ihr euch gerne mal die 6 Senden durchzocken. Kostet auch nur 15 Euro oder 20 Euro, einfach mal in der Videostreibung, da wo der File jetzt gerade hinzeigt, einfach mal draufklicken. Und es geht darum, genau, ich habe gerade eben auf Mediafire dieses eine schöne Speichermedium gespeichert und jetzt will ich euch kurz erklären, wie das geht. Also ihr müsst auf Speicherarbeitsplatz oder Computer, je nachdem welches Betriebssystem ihr habt, dann geht ihr auf Programme, MIS3, Excel und auf Saves und dann könnt ihr das da einfach einspeichern. Das ist eine M3S-Datei, also eine MIS3-Save-Datei, einfach einfügen und dann ist es gespeichert und ihr habt das, wenn ihr euer Spiel dann nochmal startet, habt ihr das automatisch bei euch drin und könnt da von da aus starten, wenn ihr die verschiedenen Enden mal sehen wollt. Ansonsten, die Lösungsbuch-PDF weiß ich jetzt gar nicht, ansonsten kann ich euch auch einfach mal ein bisschen einscannen und dann hochladen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt lauter bin oder leiser oder keine Ahnung, weil irgendwie ist das hier ganz komisch mit dem Rechner, weil ich gerade mit dem anderen Rechner noch rendere. Also, und ich rede immer so viel, wenn ich Zeit dazu habe und jetzt gerade habe ich dazu Zeit und deswegen rede ich jetzt einfach. Und zwar über das Momentan eine Let's Play von Battlefield, da muss ich heute noch aufnehmen. Und ja, genau, und das ist nicht so geil, weil ich jetzt gerade noch halt, muss drei Ränder und morgen, also heute dann direkt hochladen muss. Und, äh, ja, beziehungsweise, ne, Battlefield habe ich ja noch ein bisschen, stimmt, ja, bei, ach ja, Battlefield habe ich ja da, Multiplayer. Ja, auf jeden Fall, also, ihr dürft euch bald wieder auf Kampagne freuen, ich mach das ja immer ein bisschen im Voraus. Und wie gesagt, also, ich hab, äh, dann, wenn die letzte Folge hochladen ist, das ist, glaube ich, Folge, lass mich lügen, warte mal ganz kurz, das ist, das ist die Folge, zwei, drei, zwei, vierundzwanzig. Nee. Hm? 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 Warte mal, ich bin hier gerade, ihr seht wahrscheinlich, also, ich weiß gar nicht, was ich da so hinpacke, ich bin noch gar nicht fertig damit. So, und das hier ist dann... Moment, ne, ja, macht Sinn, äh, nee. Also, Folge 23 ist das dann, die letzte Folge. Und, äh, ja, wie gesagt, also, freut euch drauf. Und ansonsten mach ich nochmal ein Infovideo über eventuelle Sachen, vielleicht mal ja auch ein komplett neues Format. Da muss ich nochmal gucken, weil ich hab irgendwie voll Bock, da so einfach mal zu reden, ein bisschen, äh, noch will ich ja mein Face nicht zeigen, ne? Äh, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das im Moment, glaube ich, noch ein bisschen früh ist, ähm. Ich guck mal, also spätestens, äh, Anfang Sommer, Ende Sommer werde ich wahrscheinlich vor die Kamera treten und in den großen Schein der Öffentlichkeit gehen. Äh, ja, also, das war's jetzt zu mir und, ähm, zu dem Save. Wie gesagt, einfach, der Pfeil geht eigentlich die ganze Zeit drauf und runter. Jetzt weiß ich auch, was ich gleich mache. Okay, bis dann, ciao!